Herzlich willkommen im ersten Themen-Schwerpunkt-Blog des Moduls NARBA 2. Was erwartet Sie hier? Das möchte ich Ihnen jeweils kurz vorstellen in Form eines kleinen Videos, möchte dabei die Inhalte ganz grob skizzieren und Sie auf Besonderheiten hinweisen wie Aufgaben etc. pp. Das mache ich jetzt in dem ersten Themen-Blog natürlich etwas ausführlicher, in den weiteren Blöcken werde ich mich da kürzer halten. Steigen wir direkt ein. Also was erwartet Sie im ersten Themen-Schwerpunkt-Blog des Moduls? Es wird hauptsächlich um Ressourcen gehen. Wir müssen uns hierbei zunächst nochmal vergegenwärtigen, was Nachhaltigkeit war auf Gebäudeebene. Das hatten wir schon kennengelernt in der Einführungsveranstaltung. Und jetzt muss ich einen Weg finden, ein Handwerkszeug, ein Werkzeug finden, wie ich diese Nachhaltigkeit denn auch tatsächlich bewerten kann, also quantifizieren kann. Warum? Weil ich sonst nicht in der Lage bin, Planung zielgerichtet zu verbessern. Wenn ich nicht entscheiden kann, welche Planung nachhaltiger ist, nach welchem System auch immer, dann kann ich diese Planung auch nicht verbessern. Also müssen wir uns zunächst im ersten Inhaltsmodul anschauen, was heißt denn Nachhaltigkeit bewertet. Welche Systeme gibt es da? Was bewerte ich da? Welche internationalen Zertifizierungssysteme gibt es? Und ein bisschen vertieft unser deutsches Nachhaltigkeitszertifizierungssystem, das der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, DGNB. Und dann steigen wir im zweiten Themen-Blog ein in die Ressourcenschonung. Was das ist, sehen wir gleich. Coop. Und dann geht es im letzten inhaltlichen Modul weiterhin um Ressourcen und um Widerstandsfähigkeit, also Resilienz von Gebäuden, von Quartieren, von Städten. Wie steht das im Kontext? Nun ja, wir hatten in der Einführungsveranstaltung gesehen oder kennengelernt, was Nachhaltigkeit ist, sein könnte auf Gebäudeebene. Und nun müssen wir uns damit beschäftigen, wie ich das Ganze planen und bewerten kann. Dann werden wir in die Ressourcenschonung einsteigen, 1 und 2, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten für widerstandsfähigere Gebäude, Ressourcenschonende Gebäude und so weiter und so fort. Was heißt das inhaltlich? Im ersten Modul Nachhaltigkeit bewerten, werden wir Konzepte kennenlernen für nachhaltiges Bauen. Da wird es überwiegend drei Konzepte geben. Dann schauen wir uns an, wie Nachhaltigkeit gefördert wird. Lernen da schon auch die DGNB von der Struktur, vom Aufbau etwas kennen, bevor wir dann hauptsächlich über Nachhaltigkeit bzw. Bewertungssysteme für nachhaltiges Bauen sprechen. Wir schauen uns das auf internationaler Ebene an, aber auch auf Systemebene der DGNB. Und weil es natürlich auch immer die Frage gibt, lohnt sich das in Anführungsstrichen, und damit ist oft die Wirtschaftlichkeit gemeint, schauen wir uns natürlich auch diesen Sonderfall nochmal an. Im zweiten inhaltlichen Modul Ressourcenschonung, werden wir uns erstmal darüber unterhalten, was gibt es denn für Ressourcen, wer verbraucht Ressourcen und wie geschieht das, um daraus letzten Endes ableiten zu können, die Einsparung von Material, von Flächen und von Energie. Welche grundsätzlichen Konzepte gibt es da? Und im zweiten Ressourcenmodul sprechen wir dann über weitere Ressourcen, also Wasser- und Regenwassermanagement, Abfall- und Stoffströme, Biodiversität und Lichtverschmutzung, das Stadtklima und leiten daraus letzten Endes Handlungsempfehlungen für widerstandsfähige, also resiliente Gebäude und Quartiere ab. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ganz kurz vorstellen, welche Schritte denn empfohlen werden von mir, beziehungsweise wie der Ablauf ist, wie der Takt ist, die Struktur des Moduls. Alle inhaltlichen Themenblöcke bestehen immer aus drei Inhaltsmodulen. Und diese einzelnen Inhaltsmodule bearbeiten Sie wie folgt. Sie schauen sich die Videos an, gucken uns das gleich am Beispiel des Moduls 2 an. Sie besorgen sich das Material, das dafür bereitgestellt wird. Und bei der Bearbeitung entstehen vielleicht Fragen. Diese Fragen, ganz wichtig, notieren Sie alle gemeinsam an einer Pinnwand, an einer digitalen Pinnwand, einem Padlet. Zeige ich Ihnen auch gleich. Beziehungsweise jetzt schauen wir uns das an. Das ist die OLAT-Seite, die Sie hier sehen, der OLAT-Kurs. Wir sind ja im Modul gelandet, also haben Sie hier oben die Grundlagen, Ihre Erwartungen und auch die Einführung schon gesehen. Wir haben uns vielleicht auch schon zu unserem ersten Meeting getroffen. Das ist jetzt, wir haben Mitte August. Kann ich das noch nicht vorhersehen, ob das geklappt hat. Aber gehen wir mal davon aus. Und Sie steigen jetzt in den ersten Themenblock ein. Zu Beginn eines jeden Themenblocks finden Sie immer ein solches Video. Das heißt, immer ein Video, was erwartet Sie. Und dann die drei Inhaltsmodule. Am Beispiel M2 mal gezeigt. Sie finden zuerst das Material, das Sie brauchen. Das heißt, Sie finden hier zum Beispiel die PDF-Datei der Präsentation, der Hauptpräsentation, die ich Ihnen dann unter Nachhaltigkeit bewerten vorstelle. Also in einem etwa 20-minütigen Video erläutere ich Ihnen die Grundzüge inhaltlicher Art zum Beispiel von Nachhaltigkeit bewerten. Und die PDF dazu finden Sie immer im Materialordner. Und dann finden Sie weiterführende Lektüre dazu. Das heißt nicht, dass Sie die komplett lesen müssen, sondern auf diese Lektüre, auf diese Quellen, die Sie hier finden, ist jeweils in der Präsentation im Video Bezug genommen. Und Sie haben so die Möglichkeit, einzelne Themen, die Sie besonders interessieren oder auch für Ihre Projektbearbeitung später brauchen, zu vertiefen. Unter dem Punkt Nachhaltigkeit bewerten finden Sie jetzt das Video, das eigentliche Hauptvideo, das ich Ihnen zur Verfügung stelle und vertiefende und ergänzende externe Videos, zum Beispiel von der DGNB. Gucken wir da mal rein. Also was bedeutet Zertifizieren? Das ist ein Video der DGNB, wo nochmal die Grundzüge des Zertifizierungssystems erklärt werden. Und Sie finden ein Zusatzvideo, ein Zusatzwissenvideo, Phase Nachhaltigkeit, auch das zur Vertiefung nochmal desselben Wissens. Jetzt nochmal kurz zurück. Also Sie sehen jetzt rechts, Sie befinden sich jetzt hier, Video, Material und dabei kommen vielleicht Fragen auf. Wo beantworten Sie oder wo können Sie diese Fragen loswerden? Auch das zeige ich Ihnen. Sie finden immer diesen Punkt Fragen. Darunter einen Link, der zu einem sogenannten Padlet führt, das Sie hier sehen. Und Sie sehen jetzt hier einzelne Spalten. Sie sehen die Spalten M1 bis hinten zum letzten Thema. Und wenn Ihnen jetzt zum Beispiel im inhaltlichen Modul bewerten Fragen gekommen sind, dann klicken Sie auf das Plus und können Ihre Frage formulieren. Sie sehen aber auch gleichzeitig alle Fragen, die Ihre Kommilitonen schon gestellt haben. Und wenn Sie die gleiche Frage haben, können Sie sich dieser Frage anschließen. Warum mache ich das so? Na ja, gucken wir uns da nochmal den Ablauf an. Wenn Sie die Fragen notiert haben, werden wir nämlich zum Schluss in unserem Videomeeting auf diese Fragen eingehen und diese gemeinsam besprechen. Also, Sie haben das Video geschaut, das Material besorgt. Ihnen sind Fragen gekommen, die Sie notiert haben. Und jetzt ist es so, auch das schauen wir uns im ULAT-Kurs nochmal an. Dann gibt es zu jedem inhaltlichen Modul, also zu M1 bis M15 hinten, eine kleine Aufgabe zur Verfestigung des Stoffs. Denn wenn wir ehrlich sind, nur das Video anzuschauen und das Material runterzuladen, das bringt noch nicht viel, sondern Sie müssen sich das Thema so ein bisschen auch erarbeiten. Und das machen Sie mit kleinen Aufgaben. Wir haben jetzt hier, und die unterscheiden sich jedes Mal. Also, wir haben jetzt hier eine Aufgabe im Block M2 und jetzt geht es um eine Pro- und Kontra-Diskussion. Und die zentrale Frage ist, die Bewertung von Gebäuden, die Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden, die ist durchaus umstritten. Es gibt da Pro- und Kontra-Argumente. Und ich möchte mit Ihnen allen gemeinsam diese Pro- und Kontra-Diskussion führen. Und da wir in einem Online-Semester sind, können wir das nicht in der Live-Veranstaltung machen, sondern das machen wir asynchron, jeder zu Hause, so wie er gerade Zeit hat. Und auch das schauen wir uns ganz kurz an. So. Und Sie finden in diesem Chialo-Board, nennt sich das, die zentrale Frage. Die Nachhaltigkeit eines neuen Gebäudes sollte immer bewertet werden. Und jetzt diskutieren Sie Pro- und Kontra-Argumente. Und Sie sehen gleichzeitig, welche Pro- und Kontra-Argumente schon genannt wurden. Und Sie sollen die bitte nicht wiederholen, sondern wenn Ihr Pro-Argument schon genannt wurde, können Sie es nochmal konkretisieren durch ein untergeordnetes Pro-Argument. Oder Sie finden ein Gegenargument zu einem genannten Pro-Argument. Das erklärt sich im Weiteren selbst. Wichtig ist nur, dass alle mitmachen. Ja, dass wirklich alle mitmachen. Und so haben Sie nämlich später, wenn Sie als Auditor oder Auditorin tätig sind, auch eben diese Pro- und Kontra-Argumentation schon durchlaufen. Weil Ihr Kunde, Ihr Auftraggeber, von dem Sie ja Geld haben möchten, Ihr Honorar, fragt Sie ja natürlich genau dasselbe. Welche Argumente sprechen denn für eine Zertifizierung, für eine Bewertung der Nachhaltigkeit eines Gebäudes? Und so können Sie diese Diskussion jetzt hier schon vorwegnehmen und zu zehnt, wie viele Teilnehmer auch wir immer sind, viele Argumente finden, die Sie in Ihrem Berufsalltag später wiederholen, vorbringen, vertiefen können, konkretisieren können. Deswegen, das ist keine reine Fingerübung oder eine verkappte Deutschübung, sondern es dient wirklich dazu, Ihnen Argumente selber an die Hand zu geben für später. Insofern lebt es davon, dass wirklich alle mitmachen, alle Ihre Ideen zusammentragen und dann haben wir auch wirklich alle was davon. Das ist die Aufgabe in diesem Einzelmodul. Und wie geht das weiter? Auch das schauen wir uns an. Anschließend nach der Aufgabe, die wie gesagt jeweils unterschiedlich ist, folgt ein Quiz. Schauen wir uns das an. Hier ist das Quiz. Ich habe es noch nicht gemacht. Da geht es um einen Selbsttest zum Wissen, zum Inhalt dieses Moduls. Und auch das ist nicht willkürlich, sondern, wie ich Ihnen schon erläutert habe, haben Sie auf freiwilliger Basis die Möglichkeit, sich am Ende einem Online-Test der DGNB zu unterziehen, um die Prüfung zum DGNB Professional zu absolvieren. Und das sind Fragen, die in diese Richtung gehen. Insofern, wenn Sie dieses Quiz machen und auch bestehen, schult Sie das schon für diese Abschlussprüfung der DGNB. Sie müssen das Quiz bestehen, um die nächste Lerneinheit freigeschaltet zu bekommen. Dadurch möchte ich sicherstellen, dass Sie sich nicht da so treiben lassen, sondern schon auch zielgerichtet vorgehen. Und nach dem Quiz finden Sie noch eine abschließende Checkliste. Hier sehe ich jetzt Ihre Checklisten, wenn Sie denn registriert sind. Und da geht es nur darum, dass Sie selber nochmal überprüfen, habe ich alles gemacht aus dieser Lerneinheit. Und wenn hier alle Haken sind, auch dann erst wird die nächste Ressource freigeschaltet. Also das ist der Ablauf in einem Themenmodul. Ein Blog besteht aus drei Themenmodulen. Und im Anschluss an einen Blog werden wir uns wieder treffen zu einem Live-Meeting über Zoom oder über BigBlueButton, also einem Online-Meeting-System, einem Video-Meeting-System, um dann Ihre Fragen zu besprechen und, ganz wichtig, die Themen zu vertiefen, in den Kontext zu stellen und auf Ihr Projekt anzuwenden. Denn Sie sollen im Verlauf des ganzen Moduls ein Projekt tatsächlich bearbeiten und das macht nachher auch Ihre Endnote aus. Da sprechen wir aber dann auch später drüber. So, das war es auch schon mit der kleinen Was-erwartet-Sie-Vorstellung für den ersten Themenblock. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg, viel Vergnügen, viel Spaß bei der Bearbeitung der einzelnen Inhalte. Und wenn Sie Fragen haben, ins Padlet schreiben, mich über Slack anschreiben, wie auch immer. Und dann sprechen wir und sehen und hören uns wieder in unserem ersten Video-Meeting. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss!